Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal geht es darum, von einer KI erstellte Fotos zu erkennen. Und dazu habe ich die Seite whichfaceisreal.com aufgerufen. Wir sehen hier ein Bild von einer echten Person und ein Bild von einer durch eine KI erstellte Person. Und es ist nicht immer ganz einfach zu erkennen, was ist echt und was ist nicht echt. Häufige Hinweise können sein, dass die Ohren komisch aussehen, dass eine Brille komisch aussieht, dass die Haarensätze komisch aussehen. Dass auf der einen Seite der eine Ohrring, auf der anderen Seite ein komplett anderer Ohrring ist, dass im Hintergrund irgendwelche komischen Artefakte sind. Und ja, diese zwei Fotos sind jetzt gar nicht so einfach. Also hier das Ohr. Dafür sind die Ohrringe gleich. Das würde wieder dafür sprechen, dass das doch das echte Foto sein könnte. Das hier hinten. Mit diesen Händen. Puh. Aber, also Tendenz ist glaube ich, dass das hier... Hier habe ich jetzt keine... Jetzt hier irgendwas, was... Das hier. Hm. Das hier ist ein Artefakt. Das es vielleicht doch darauf hindeuten könnte, dass das hier das falsche Foto ist. Hier der Haarensatz. Yay. So ein unscharfer Hintergrund ist eigentlich auch sehr typisch für ein KI erstelltes Foto. Hier sehen wir, dass das mit den Ohrringen gut passt, dass das mit der Brille gut passt. Der Faltenverlauf hier. Hm. Ich denke, das hier müsste das echte sein. Ja, das ist sozusagen live, weil... Da kommen ja jedes Mal neue Fotos, wenn man die Seite aufruft. Ja. Also, bei dem Foto stellt man hier oben so ein Gekräusel an den Haaren fest. Das ist auch wieder der typische unscharfe Hintergrund. Die Augen sind übrigens auch eigentlich immer bei diesen Bildern sehr genau an dieser Stelle. Kann man... Wenn man mal mit den Fingern drauf hält und dann bei thispersondoesnotexist.com, ist hier unten verlinkt. Wenn man jetzt hier die Finger auf die beiden Augen hält und dann die Seite neu lädt und dadurch neue Fotos bekommt, muss man feststellen, die Augen sind immer just an der Stelle. Aber auf den ersten Blick schauen die Fotos schon gar nicht so schlecht gemacht aus. Bei Kindern sind oft irgendwelche komischen Falten oder sowas, die es dann unglaubwürdig machen. Und wie gesagt, meistens die Artefakte an den Haaren entlang sind ein guter Hinweis darauf, dass da was nicht passt. Dieser Hintergrund, auch hier sieht man, also der Schulterbereich hier ist doch sehr fragwürdig. Aber wir haben ja hier bei diesem Foto, allein dadurch, dass die Hand hier so schön ist, muss das eigentlich das Echte sein. Aber wir wollen ja nicht das Echte erkennen, sondern wir wollen Gründe finden, warum dieses Foto hier gefälscht ist. Oder beziehungsweise von einer KI erstellt ist. Und da haben wir eben hier diese Haar-Artefakte hier oben. Auch dieser Verlauf vom Haar ist jetzt, glaube ich, nicht ganz optimal. Also das hier ist das Echte. Ja, auch hier wieder verschiedene Artefakte an den Haaren. Obwohl jetzt hier dieser Hintergrund auch sehr unscharf ist, aber der Hintergrund hier schaut auch insgesamt sehr unplausibel aus. Aber vor allem diese Artefakte an den Haaren sind wieder eigentlich der Hinweis, dass das das Echte sein müsste. Auch hier wieder die ganzen Artefakte an den Haaren entlang. Ja, hier ist jetzt das, was ich eigentlich gesagt habe, ne, Ohrringe. Ein guter Hinweis, dass irgendwas nicht stimmen kann. Auch hier diese komischen, ja, Verzerrungen, Artefakte, wie auch immer. Auch hier entlang. Ja, finden wir Fälschungshinweise. Eigentlich schaut es ja recht jung aus. Das hier soll bestimmt ein zweiter Mensch sein, der hier eben mit reingerechnet wurde. Auch hier die Haare. Die unterhalb des Haarensatzes liegen. Halten. Ich sag mal, das ist das Echte. Boah. Das ist jetzt wirklich, glaube ich, höre jetzt mal auf. Also das Bild ist für mich sehr glaubwürdig hier. Die Personen sind sehr gut zu erkennen. Auch eine Hand im Gesicht ist eigentlich eher untypisch. Und was das hier soll, keine Ahnung. Und bevor ich dann doch jetzt irgendwann nicht recht habe, höre ich jetzt mal auf. Aber ich denke, ich konnte euch das Prinzip schon klar zeigen. Schaut auf die Ohren, schaut auf Ohrringe, schaut auf Brillen, schaut auf Haaransätze, schaut auf das, ja, auf die Haare, wie sie sich hier abbilden. Bei dem Bild ist es relativ glaubwürdig. Bei den KI-Bildern schaut es meistens sehr komisch aus. Schaut auf den Hintergrund, schaut darauf, ob die Proportionen hier überhaupt stimmen. Hatten wir auch bei diesem Bild hier gesehen, dass das hier irgendwie ganz komisch abfällt und so. Und dadurch kann man eigentlich Fake-Fotos schon ganz gut erkennen. Okay, das war es dann für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.